Leo mit einer Ankündigung zum Momentum. Ja, ich möchte auch noch kurz was ankündigen, was ein bisschen in der ferneren Zukunft liegt. Einige hier im Raum waren vor zwei Wochen oder drei Wochen im Weltkultur-Alberwart Hallstatt beim dort jährlich stattfindenden Momentum-Kongress. Ein Kongress für sozialen Fortschritt, der Leute aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft zusammenbringen möchte. Immer zehn Tracks. Das Ganze hat einen Haken. Damit man dort dabei sein kann, soll man einen eigenen schriftlichen Beitrag einreichen. Deshalb sage ich es jetzt, obwohl der nächste Kongress erst vom 10. bis 13. Oktober 2019 ist. Also in einem Jahr. Aber das Programm steht schon fest. Es gibt zum Beispiel auch einen Track zu demokratischer Öffentlichkeit versus Fake-News-Trolle und Denkfabriken, den zum Beispiel manche Leute hier interessant finden könnten. Aber auch die neun anderen wären dann eine Option. Aber ich sage es eben jetzt, weil so einen zweiseitigen Abstract mit einer Beitragsidee, die sollte bereits für April fertig sein. Aber vor allem den Termin kann man sich jetzt schon mal vormerken, damit man dann nicht zu stark davon überrascht wird, wenn er wirklich dann vor der Türe steht. Würde mich freuen, wenn da einige aus der Community hier dann mit uns nach Hallstatt fahren. Es ist eine Reise wert, nicht nur wegen dem Kongress, aber auch deswegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.